Die Proteste, die in Taksim angefangen haben, stört euch und auch unser Volk. Mit Besonnenheit und viel Geduld verfolgen wir die Ereignisse. Die Medien in der Türkei, aber auch einige internationale Medien, erwecken den Eindruck, dass das Bild in Taksim das Bild der Türkei sei. Wer hat die Büsse in Brand gesetzt? Wer hat die Autos in Brand gesetzt? Liebe Brüder, man muss das richtig verstehen und erklären. Durch unsere Meetings werden wir das richtige Bild vermitteln. Gestern im Europäischen Parlament hat jemand etwas gesagt. Heute und hier antworte ich jetzt, antworte ich auf diese Frage. Wir erkennen die Entscheidung nicht an, die das Europäische Parlament über uns trifft. Ich erkenne das nicht an. Liebe Brüder, diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, sollen zuerst ihren Blick auf Griechenland richten. Gestern in England die Proteste gegen G8. 30 Protestierende wurden auf dem Boden hin und her geschoben. Aber die Medien zeigen das nicht. Was hat das Europäische Parlament gegen England gesagt? Und sie sind Mitglied der Europäischen Union. Die Türkei ist kein Mitglied. Wie kommt es, dass ihr über uns entscheidet? Woher nehmt ihr das Recht? Zuerst müsste man die Ereignisse analysieren und richtig kennen. Erst dann kann man darüber reden. greats Gerechter. wie hat das das angeklu미 ist? Eine Mufe Mykla Jesus ist. Aber brain gibt